Grüßt euch, ich bin Georg Böhm und ich darf euch heute unser Kupferspezial vorstellen. Das Kupferspezial ist ja aus einem Missgeschick passiert. Das eigentlich helle Braumalz ist zu dunkel geworden und hat dann hinterher so ausgeschaut. Aber wie wir natürlich am Land sind, sparsam, hat man da auch was draus machen müssen. Und daraus ist unser bekanntestes Bier geworden, unser Kupferspezial. Namensgeber für das Kupferspezial ist das Wahrzeichen unserer Brauerei, das Kupferdacherl auf unserem Tarturm. Das Kupfer hat einen cremefarbigen festen Schaum, duftet nach Nuss- und Rösslaromen und getörrten Zwetschgen. Im Andrunk ist es vollmundig, cremig, weich im Nachklang und schmeckt nach Schokolade und Datteln. Das Kupferspezial schmeckt am besten zu unsere Wildgerichte wie unseren Hirschbraten. Oder genießt es zu Hause als Feierabendzeitl. Lasst es euch schmecken.